Hi, ich bin Björn von Xeon und das ist Aaron, der unsere Longstief Jacket 3-Wide trägt. Diese schützt deine Ellbogen, Schulter und den Rücken. Sie ist ideal zum Skifahren, Snowboarden, im Gelände, Mountainbiken oder jede andere Aktivität, bei der du diese Körperteile schützen möchtest. Um diesen Schutz zu gewährleisten, verwenden wir D3O. D3O ist ein intelligentes Material, welches durch deine Körperwärme weich und flexibel wird. Solltest du aber stürzen oder einen Schlag erleiden, wird es durch die Aufprallenergie hart und absorbiert diese. Außerdem können wir dadurch den Protektor sehr dünn produzieren, bei voller Schutzleistung, so dass ihr jedes T-Shirt oder Jacke darüber tragen könnt, ohne eingeschränkt zu sein. In Kombination mit unserem dehnbaren und flexiblen Stoff habt ihr dieses zweite Hautgefühl, so dass ihr nach ein paar Minuten fast vergesst, dass ihr überhaupt einen Protektor tragt. Unser extra breiter Bauchgurt stellt sicher, dass das Rückenpad zu jeder Zeit an der Stelle bleibt, wo es sein soll und ihr vollen Schutz habt, ohne in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Außerdem haben wir am Rücken zwei Pads, die sich übereinander bewegen können, so dass ihr in jeder sitzenden und aufrechten Haltung geschützt seid. An der Innenseite der Arme haben wir Mesh-Material verbaut, welches euch auch in hohen Temperaturen oder in anstrengenden Workouts ans Limit gehen lässt, ohne dass ihr in Schweiß geratet. Das abriebfeste Material auf der Außenseite der Ellbogen stellt sicher, dass eure Jacke auch lange hält. Bei Xeon streben wir danach immer das beste Produkt zu liefern. Deshalb verwenden wir nur Premiumstoffe und produzieren in Europa. Also holt euch euer Xeon Protection Gear, geht raus und wir halten euch den Rücken frei.